Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute geht es um das Herz von Selig. Da möchte ich auch gerne ein, zwei Worte nochmal ergänzen zu sagen zu meinem Video von letztens, wo ich ein wenig drauf abgelästert habe aufs Herz von Selig. Und ich glaube, ich habe das da nicht richtig gut kommuniziert. Und zwar möchte ich ergänzen, dass es natürlich Builds gibt, so wie den Bild, den ich hier gerade spiele, mit dem Ball Lightning, wo Herz von Selig richtig, richtig gut sein kann. Übrigens auch durch eine Synergie, um die es heute geht. Also es gibt den ein oder anderen Build da draußen, wo Herz von Selig funktioniert. Ich bleibe aber dabei, dass ich von allen Uber-Unics finde, dass Herz von Selig das Schlechteste ist, weil es zu wenig Builds gibt, wo man es drauf spielen kann. Ich glaube, so können wir uns drauf einigen. Herz von Selig wird einen krassen Nerf bekommen, jetzt schon auch am Dienstag im PvP-Gebiet. Und zwar gibt es eine Synergie mit dem Herz von Selig, was, glaube ich, von Blizzard so nicht bedacht wurde. Und zwar ist es ja so, dass wenn ihr Schaden erleidet, stattdessen Ressourcen abgezogen werden. Und diese Ressourcen, die abgezogen werden, gelten aktuell als Spend-Ressourcen. Das heißt, wie als würdet ihr eine Fähigkeit nutzen, die Ressourcen kostet. Das soll aber so nicht sein. Es sollen Ressourcen verwendet werden. Das soll aber nicht gelten als, ich würde aktiv die Ressourcen verwenden. Weil gerade beim Magier gibt es eine Synergie mit der Verzauberung von Kettenblitz. Da seht ihr das. Kettenblitz bildet sich automatisch, wenn ihr 100 Mana verbraucht. Und mit dem Herz von Selig, was ja Mana verbraucht, wenn ihr getroffen werdet, bildet sich die ganze Zeit Kettenblitze. Und zusätzlich habt ihr den Effekt von dem Ring hier, dass ihr, wenn Kettenblitz abprallt, Ressourcen wieder regeneriert werden. Und diese Synergie soll entfernt werden. Adam Fletcher hat dazu einen Tweet gemacht. Die Synergie wird schon im PvP-Gebiet jetzt am Dienstag, das heißt für euch, übermorgen weg sein. Und dann in Season 3 in den ganzen anderen Gebieten, heißt Nightmare Dungeons, normal im Spiel, wird es das nicht mehr geben. Meldetard, relativ krasser Nerf, hätte ich so nicht gedacht. Weil, wie gesagt, Herz von Selig ist jetzt für mich nicht unbedingt das krasseste Uber-Unik. Und ich meine, es ist ja ein Uber-Unik. Dass man ein Uber-Unik nerft, das ist schon sehr krass. Ich glaube, gerade auch im Hinblick auf Schlachthof von Zier, wo dieser Bild hier komplett rasieren wird. Der Bild hier ist von Rob und da muss ich echt mal einen Schauder an Rob raushauen. Da hat er echt einen krassen Bild auf die Beine gestellt. Es gibt nichts, was ich hier anpassen würde. Und gerade mit dem Herz von Selig ist man eigentlich so gut wie unbesiegbar. Ich habe jetzt bestimmt 30, 40 Nightmare Dungeons Stufe 90 bis 100 gemacht und bin nur einmal gestorben, weil ich nicht aufgepasst habe. Da ist es passiert. Das erste Mal gestorben. Also man ist echt so gut wie unbesiegbar. Aber es ist schon krass, dass sie ein Uber-Unik nerfen und eher Herz von Selig anstatt sowas wie Harlekin, wo man ja vier Ränge für alle Fertigkeiten bekommt. Was auch mega krass ist mit 2000 Max Life. Oder den OP, der einfach so über 100 zu allen Werten gibt. Also da gibt es ja durchaus andere Uber-Uniks, die auch extrem krass sind. Guckt euch den OP mal an. Der gibt auf Level 1 schon 3000 Leben und 72 zu allen Werten plus 56 Flat Damage. Das ist schon sehr krass. Aber nein, sie haben sich dazu entschieden, die Synergie wegzunehmen von Herz von Selig, dass die Ressourcen, die verbrannt werden oder rausgezogen werden, nicht als Spend-Ressourcen gelten. Finde ich krass auf jeden Fall. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet. Nutzt ihr aktuell Herz von Selig oder hattet ihr vor, Herz von Selig für Schlachthof von Zier zu benutzen? Übrigens, jetzt diese Season, keine Sorge, könnt ihr nutzen für Schlachthof von Zier. Aber nächste Season, sollte das ein Gimmick werden, ein Endgame-Content, der dauerhaft ins Spiel kommt, könnt ihr die Synergie zumindest mit dem Magier nicht mehr nutzen und dem Kettenblitz. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das findet, ob euch das überhaupt interessiert. Weil das ja schon, es geht hier um ein Uber-Unik. Für einen ganz bestimmten Bild wird die Masse an Leuten wahrscheinlich gar nicht jucken. Aber ich wollte es auf jeden Fall einmal mitteilen, weil ich es krass finde, dass ein Uber-Unik genervt wurde und das ausgerechnet jetzt. Ihr müsst überlegen, das Uber-Unik gibt es schon seit Monaten. Seit Monaten. Und jetzt erst, sechs Wochen nachdem man mit Duriel dieses Uber-Unik überhaupt bekommen kann, gibt es diesen Nerf. Also finde ich sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Lasst gerne einen Follower auf den Kanal, wenn ihr nichts zum Schlachthof und zu Diablo verpassen wollt. Und ein Like auf dem Video und sage, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.